Hammer, ich mach sowas einfach nicht. Oh krass, ich hab mir das einfach irgendwie anders vorgestellt. Könntest du mich bitte nach Hause fahren? Jetzt warte mal. Fass mich nicht an. Und was bleibt, ist nur der Augenblick selbst. Die Fragen, die mich verfolgen. Woher komme ich? Wohin führt die Reise meines Lebens? Was ist mein Ziel, mein Sinn? Die Fragen verschwinden. Vielleicht ist das der Sinn, einfach zu sein. Dass alle Fragen aufhören und mit ihnen die Zeit. Bis zum nächsten Mal. Geil. Untertitelung des ZDF, 2020